Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe Wheelspin in der Superspin Edition steht an und mit dabei heute haben wir Andi Esseböhr, 024-Schunden-Racer, Flowing Falk, Ghost Rider, Mr. XC, Perweka, Backstar, Patrick, K-Max und StarDriver. Grüßt euch. Hallo. 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 Moin. Moin. Das muss ich mal fragen. Ich will das ja am Anfang immer richtig machen. Ist K-Max richtig oder K-Max? Also in der Theorie ist K-Max richtig, aber du kannst auch einfach Max sagen. In der Theorie ist K-Max richtig, in der Praxis auch. Also perfekt, ich bleib dabei. Wunderbar. Oder Max halt, ja. Wenn ich mit dir mal schimpfen muss, dann werd ich persönlich und dann sag ich Max. So, schon mal vorgewarnt. Nein, alles gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir legen einfach schon mal los mit den Spins. Zwei Superspins dürfen wir drehen. Das seien wir Jokern, dann ist es nur einer. Aber davon hoffen wir jetzt einfach mal nicht Gebrauch machen zu müssen. Ähm, und ganz wichtig beim Super-Wheelspin, es gibt natürlich wieder den Kombi-Bonus. Äh, wenn man ihn denn hat. Bei mir zum Beispiel, wenn ich wieder alles grün ziehe. Ja, das ist durchaus richtig. Ähm, den ich aber tatsächlich nicht bekomme in dem ersten. Ach nee. Okay, und dann nochmal. Lasst mich bitte etwas... Komm, den goldenen Bonus. Leckt mich. Nicht euer fucking Ernst jetzt. Ich hasse wie ich jetzt bin. Wieso war der Kombi-Bonus bei den Grünen? Weißt du, ich sag's jetzt einfach mal so. Die meisten, die jetzt hier dabei sind, wissen das natürlich nicht. Gestern erschien ja eine CVR-Folge, ja. Meine Damen und Herren. Und die lief schon irgendwie für mich maximal unglücklich. Man hat's vielleicht an meiner Stimmung gemerkt. Ich war nicht so super happy damit. Aber das ist ja noch ein Witz dagegen, zu wie jetzt meine Stimmung ist. Ach Mann, ey. Ich glaub, ich nehm das... Ich nehm das im Joker. Ja, aber sowas von... Also auch mit fünf davon grün fahren, ist das, glaub ich, so... Also ich mach jetzt mal so ein What-If. Was wäre, wenn ich gejokert hätte? Ich seh in der Issa-Tele schon mal super. Ich mein, ich könnte jetzt auch chokern, das stimmt. Aber ich hab die Sorge, dass es beim Chokern noch schlimmer wird. Warum hab ich's nicht gemacht? Ich sag's mal so. Oh Gott. Wenn ich das jetzt gehe, kann ich auf jeden Fall einen Vollaufbau machen mit dem Teil hier. Allerdings, ob dabei dann was Geiles dabei rauskommt. Vollaufbau, Issa, rein da. Ja. Ich mach ein What-If, aber ich nehm meins. Oh. Ach so. Ebenfalls. Und... What-If. Pass mal auf. Es ist ja nicht verboten laut Regelwerk. So hab ich nicht gejokert. Oh nein. Es ist ja nicht verboten laut Regelwerk, den Zufallsgenerator zu fragen. Joker? Oder kein Joker? Nimm den Joker. Und let's go. Er sagt Joker. Also, was der Zufallsgenerator sagt, wird gemacht. Oh, jetzt. Was bringt das nochmal, wenn man alles in der gleichen Farbe hat? Ey. Ohne Witz, ganz ehrlich, ich bestreite jetzt nur noch mein Leben durch diesen Zufallsgenerator. Aber ich mach die Lotto-Zahlen das nächste Mal. Ich hab noch nie Lotto gespielt, aber damit trau ich's mich jetzt echt. Also, ich glaub, da kannst du nur gewinnen. Also, ich sag's, wie es ist. Damit kannst du nur gewinnen. Ja, äh, auch bei Superspin natürlich zählen Spins. Auch wenn's Einzelne sind, die unter 10.000 sind, werden natürlich aufgerundet. Und, ähm, ja, nice. Wunderbar. Dann, danke, Zufallsgenerator, danke. Jetzt bin ich wieder happy. Alles gut. Jetzt bleibt die gestrige Folge doch dann die Minus-Folge an diesem Wochenende. Für mich persönlich, ja. So. Gut. Äh, aber weil ich auch schlecht gespielt habe, ja, zu dem gestern, ne. Ich will ja nicht sagen, alle anderen sind schuld. Es waren alle anderen schuld. Ähm, nein. Ja. Und ich. Vor allem ich. Ne. Ha, so schlecht war es nicht. War trotzdem lustig. Gab ein paar lustige Szenen. Es gab ein Spider-Audi. Ähm, es gab, es gab, äh, ganz viel Netzwerk-Kollisionen. Äh, ganz toll. So. Bei Minute 36, 25, ey. Puh. Also. Ja, da war es ganz wild. So. Wunderbar. Aber wir wollen nicht abschweifen. Die meisten haben die Folge gestern schon gesehen. Wir wollen natürlich jetzt loslegen. Deswegen würde ich sagen, wir verdienen keine Zeit. Gehen zu unserem Lieblingshäuschen oder Festival, Außenposten oder Hauptfestival und legen mal los. 15 Minuten haben wir wieder Zeit zu tunen, zu designen, zu testfahren, was auch immer. Und dann sehen wir uns entweder hier oder wieder am Strandwüstengebiet. Keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Oder irgendwo anders. Irgendwo werden wir uns wieder sehen. Und, äh, ich würde sagen, bis gleich. Wunderbar. Ja, nochmal sorry an der Stelle, dass ich so ein bisschen auf die gestrige Folge eingegangen bin. Äh, wir nehmen das ja immer so im Anschluss auf. Und ich war irgendwie richtig down nach, also tut mir leid, dass ich das jetzt auch hier raus posaue, aber ich muss jetzt nochmal loswerden. Das ist so ein bisschen Seelsorge für mich. Wahrscheinlich haben einige schon gestern, also für euch gestern, in den Kommentaren schon gehauen. Öh, der Reign, das geht ja gar nicht. Ne, sei's drum. Ähm, äh, es hat mich ein bisschen beschäftigt, die Folge gestern, also für euch gestern, äh, für mich gerade eben. Äh, das lief einfach so maximal irgendwie, ich weiß nicht, ich selber hab nicht gut gespielt. Ähm, dann halt diese Netzwerk-Kollisionen und so weiter, die mich halt einfach irgendwie immer übelst nerven, weil das für mich immer das Format so ein bisschen kaputt macht. Für euch als Zuschauer ist das wahrscheinlich sogar super lustig, weil halt so lustige Szenen entstehen. Aber für mich, der halt dieses Format so ein bisschen begründet hat, dann ist das für mich immer so wie so ein Dolchstoß für das Format oder so, wie auch immer. Deswegen bin ich ja nicht so happy rausgegangen oder auch bei der einen oder anderen Szene war nicht so happy. Aber ich hab's ja schon gesagt, das soll ja die Leistung der anderen definitiv nicht schmälern von gestern. Und, äh, das wollte ich einfach auch nochmal los, äh, gesagt haben. Also, es war trotzdem eine coole Folge, denke ich, und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Äh, sei's drum. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch viel, ganz viel Spaß. Und, äh, jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Äh, zum Glück hab ich gechokert, laut, äh, Zufallsgenerator. Ähm, dadurch hab ich jetzt in Summe 320.000. Das ist, glaub ich, trotzdem tausendmal besser, als ein GMZ-Vendora voll aufzubauen. Auch wenn wir natürlich das A-Team ein bisschen aufleben hätten lassen können. Äh, wir gehen aber mal direkt zu 320.000, wobei ich wahrscheinlich kein Auto nehm, was da in diesem Bereich ist. Sondern wir nehmen vielleicht eins mit so 100.000 weniger. So ab hier ungefähr, so 220. Dann haben wir 100.000 fürs Tuning. Wär, glaub ich, gar nicht verkehrt. Oder, ein bisschen mehr, wär vielleicht auch nicht schlimm. Ähm, ja, so ein GT3 RS wär natürlich überragend, weil der schon sehr, sehr stark ist. Aber, ja, immer Porsche, immer Porsche, ne? Das kann ja jeder so. Ah, nehm mal den. Nein, Spaß. Ähm, deswegen muss ich jetzt mal gucken, was da denn in Frage kommen könnte. Ähm, ja, zu tief will ich eigentlich auch nicht gehen. Weil, ähm, der Akira wäre schon ganz cool eigentlich. Ähm. Bin ich hier nicht sogar schon mal gefahren? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. In einer CVR, äh, in einer Wheelspin-Folge. CVR sicherlich nicht. Ähm. Gute Frage, nächste Frage. Was nimm ich denn? Guck jetzt doch noch mal bei den etwas teureren. Wenn du irgendwas nimmst, was schon irgendwie Allrad hat oder so, können wir natürlich da ein bisschen verrückter werden. Ah, das wird halt dann schon teuer jetzt hier, ne? Da ist dann schon auf einmal kaum noch Tuning-Budget da. Ah, das geht ja so teuer. Also ich bin ganz ehrlich, normalerweise wäre jetzt der Porsche die beste Ball. Da haben wir noch super viel Tuning-Budget. Wir können den übelst krass aufbauen. Ähm. Alternative der Huracan ist natürlich auch nicht schlecht. Der hat halt dann schon Allrad. Ähm, mit Forza-Aero, auch wenn es hässlich ist. Aber bei Wheelspin ist die ja erlaubt. Ähm. Könnte man da, glaube ich, schon was richtig Krasses draußen machen. Ähm. H570 weiß ich jetzt nicht unbedingt. GT auch nicht unbedingt so geil. Äh. Alternative Selin. Ja. Könnte. Funktionieren. Boah, ich weiß es echt nicht, ehrlich gesagt. Aber bevor ich mich jetzt übelst lange entscheide, ich entscheide jetzt einfach nach Bauchgefühl. Und ich würde sagen, ich meine, ich hab den Acura NSX schon gehabt bei einer Wheelspin-Ausgabe. Erst. Irgendwie so im Bauchgefühl. Sagen wir das. Und Porsche bin ich jetzt nicht so wahnsinnig oft gefahren. In, äh, in, in, in Wheelspin. Deswegen haben wir schon oft gesehen bei anderen, ja. Und manch einer wird mich jetzt natürlich wieder zu haten. Aber ganz ehrlich, der Hate ist mir völlig egal. Porsche ist meine Lieblingsmarke. GT3 RS ist sowieso eines meiner Lieblingsfahrzeuge. Der hier sogar ist mein Lieblingsfahrzeug aktuell. Aber den nehmen wir nicht. Und deswegen ist es mir jetzt grad bumsegal. Wir nehmen den jetzt einfach. So. Ich muss mir auch mal was gönnen, ja. Wie oft wurde ich jetzt schon hier, äh, ne, da musste ich jetzt leiden. Da kann ich auch mal, ne, mal schwarz-rot-gold sogar hier. Deswegen, äh, machen wir jetzt einfach mal, äh, nehmen wir den mal in, ah, nehmen wir Silber. Komm. Ganz, machen wir mal die graue Maus einfach. Oh, muss ich, kann ich ihm ja auch mal was gönnen hier. So, wie viel hat der jetzt gekostet? Das hab ich gar nicht drauf geguckt. Ich bin natürlich super schlau. Also von diesen 320.000 musste ich, glaub, 235.000, ne? Hat der gekostet. Ich guck nochmal. Wo haben wir ihn dann? Hier, Porsche. Ich will da komplett daneben. Äh, 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 äh. Oh, ja, ich bin da gut. Hier ist er. Ja, 235.000. Das heißt, äh, das sind, äh, 85.000, wenn ich nicht komplett falsch liege. Äh, so ist es 85.000. Haben wir jetzt noch Tuning-Budget. So, dann würd ich mal sagen, jetzt absolut rein da. Ich glaub, wir können sogar auch einen Motorswalk machen. Den machen wir jetzt natürlich nicht. Äh, wir machen aber, wie gesagt, wir gehen hier an die Vollen. Da geht's jetzt gar nicht drum, ob das irgendwie cool ist oder nicht. Ähm, auch hier werden wir safe mit der Porsche Aero fahren wollen müssen. So, wir lassen die Reifen, so, hier zack, hier zack. So. Und dann machen wir auch, da haben wir schon alles drin, ne? Das ist ja dann Offroad-Dings, das machen wir nicht. Bei Offroad, ne, wir machen kein Offroad-Fahrzeug draus. Oder sollen wir doch Offroad machen? Oder sollen wir für die Straße aufbauen? Das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Ich entscheide es noch. Ich weiß es noch nicht. Ich glaub, ich gönne mir aber wirklich einen Siebengang. Ähm. So. Ja, dann machen wir aber Vollaufbau, würd ich sagen. 85.000. Können wir ja voll reinklöppeln. Reindo. Immer schön Reindo. Ja, es ist halt die Frage, ähm, wenn wir halt Offroad aufbauen, aber ich glaub nicht, ich mach nicht Offroad-Aufbau. Wir bleiben so, ich mach's einfach ein bisschen weicher, bisschen höher, das Fahrzeug. Und dann wird es schon irgendwie passen, denk ich mal. Und, äh, ja, dann sind wir sogar noch weit unterm Budget. Passt. Ähm. Und dann... Ja, installieren wir den Spaß. Ich glaub, ich hab nix vergessen. Hoffe ich. Und... Dann gucken wir mal, was wir Tuning-technisch so einstellen können. Okay. Die Lachs-Lenkung. Ja, jetzt ist halt die Frage, was stellen wir da ein? Also, wie gesagt, wir machen den ersten Mal ein bisschen... Äh, uh, der ist schon komplett oben. Dann lassen wir das so. Er ist auch schon sehr weich, wie ich finde, eingestellt. Wir können hier höchstens ein bisschen noch mal runtergehen. Aber nicht so viel, hätt ich gesagt. Sonst haben wir ihn zu bouncy. Äh, Stubby würde ich auch eigentlich erst mal lassen. Aero. Gute Frage. Was machen wir mit der Aero? Wollen wir ihm mehr geben? Ich mein, der hat immer noch eine Topspeed von 421. Das ist schon echt heftig. Ich glaube sogar, hier können wir ein bisschen mehr machen. So. Ja, guck mal, da geht sogar noch mehr. Aber brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Ja, guck mal, da können wir so richtig viel gehen. Krass. Ist die Anzeige da unten aber nicht ganz korrekt von der Skala. Aber machen wir jetzt trotzdem mal schön lang das ganze Ding. So. Ähm. Dann würde ich sagen, da machen wir mal einfach so nach Gefühl erst mal weniger. Wir können gleich noch mal in die Telemetrie schauen. Äh, das lassen wir erst mal alles. Und dann würde ich sagen, hier können wir vielleicht so gehen. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal voller Aero. Ich mein, Kurvenspeed, ich mein, auch wenn es ins Gelände geht, bringt uns hier Aero auf jeden Fall was. Äh, deswegen machen wir das mal. Vielleicht sogar hier hinten ein bisschen weniger. Äh, aber ansonsten sollte das ja eigentlich passen. Ein bisschen nach vorne legen. Diff machen wir auch mal ihn ein bisschen hecklastiger. Hier ein bisschen weniger sperren. Hier auch ein bisschen weniger. Einfach mal gucken, ja. Ob das so funktioniert. Oder nicht. Telemetrie können wir ja auch gleich mal dazu schmeißen. Okay, hinten sind wir ganz schön am Limit. Wer schiebt da jetzt auf einmal? Das ist interessant. Aber ich glaube, ich lasse es trotzdem so. Weil letztes Mal, wenn ihr euch erinnert, da hatte ich ja auch ein bisschen Glück bei Wheelspringen mit dem Hubert Kahn. Äh, auch, also Pech natürlich bei den Disziplinen, aber ähm, dann war es halt so, gerade wenn ich im Gelände war, war es das Problem, dass er dann zu sehr sich eingedreht hat. Und ich habe halt hier ein bisschen die Sorge, dass wenn ich ins Gelände gehe, dass der Spaß dann sich auch wieder zu sehr eindreht. Deswegen, dass ich da gar nicht jetzt zu aggressiv vielleicht gehen sollte. Im Asphalt, ja. Also wenn ich jetzt nur auf dem Asphalt bleibe, könnte ich hier definitiv nochmal aggressiver gehen. Ich sehe, der dreht sich hinten auch echt weg, ein bisschen. Das ist halt, weil er auch sehr weich ist irgendwo. Also was wir machen könnten, wobei das auch wieder fürs Gelände schlecht ist, also die Stubbys weicher würde es eben halt ein Gelände nicht wieder besser machen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich würde sagen, wir gehen hinten doch nochmal ein bisschen weg. Machen Stubbys doch ein bisschen weicher, aber nicht viel. Hinten würde ich sagen, geben wir sogar eins wieder dazu. Hier vorne geben wir sogar zwei runter. Und dann sollte das eigentlich erstmal passen. Ja, also der hat mehr als genug Grip, so ist es jetzt nicht. bisschen slidey hinten, aber alles easy kontrollierbar. Ich meine, ich muss jetzt hier kein Meistertuning machen am Ende des Tages, muss ich nur einfach ganz gut bestehen können. Jetzt machen wir gleich noch den Geländetest. Und der geht so. so. Oh. Ja, so vielleicht nicht. Also, der in den Haus Sprungtest bestanden. So. Ne, wir fahren jetzt mal an, weil ich die Pampa und wie er sich da so anschlägt. Das Problem ist halt, ne, bei Porsche viel Gewicht auf der Hinterachse, genau das. Und dann dreht er sich ein. Oh Gott. Okay, das wird uns. Also geht's ins Gelände, haben wir ein Problem. Okay, ich könnte natürlich noch was probieren, ihn natürlich einfach ein bisschen den Reifendruck zu senken. ins Gelände. Also wichtig ist schon mal, dass er sich nicht überschlägt, wenn ich jetzt halt durch die Pampa fahre. Ja, der obligatorische Baum Test muss natürlich auch dabei sein. Also das muss schon mal gewährleistet sein, dass er nicht sich überschlägt. Das tut er glaube ich nicht. Dazu hat er zu viel Anpressdruck hier. Aber er dreht sich halt sehr schnell, sehr leicht ein, weil halt sehr hecklastig. Da müsste man jetzt quasi mit der Diff-Verteilung etwas nach vorne gehen. Kann ich natürlich machen. Würde wieder ihn ein bisschen untersteuern werden lassen, aber ich glaube es ist okay, wir können es abfangen. Weil wir kennen uns, es wird wieder eh mehr als die Hälfte der Disziplinen im Gelände sein und deswegen ist es schon okay so. Und ich denke, wir kommen trotzdem noch ganz gut um die Kurven. Können wir ja gerade nochmal testen da vorne auf dem Asphalt. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz auf den Schotter da vorne. Und gucken mal, wer sich da so schlägt. Ja, ist immer noch easy. Noch genug Grip. Gucken wir mal, wer sich hier so schlägt. Also es ist nicht einfach zu fahren, das Ding. Das steht schon mal fest. Also da habe ich schon einfache Fahrzeuge gehabt. Aber das Ding ist natürlich auch eine Monster-Maschine gerade. Das ist halt sehr weich, das Ganze. Vielleicht doch mit dem Dämpfer etwas... Okay, pass mal auf. Wir probieren mal folgendes. Geh hin, etwas zurück. Mit dem Dämpfer dann doch wieder etwas mehr hier. Ja, hier würde ich es aber lassen. Wird schon schief gehen, würde ich einfach mal sagen. Ich meine, hey, ich fahre Porsche. Da kann er eigentlich gar nichts mehr schief. Häusper, Häusper. Ja, okay. Also, ich muss einfach hoffen, dass wir auf dem Asphalt fahren. So, ich stehe schon mal fest. Gut, dann soll es es gewesen sein. Dann gehen wir zurück und dann schauen wir mal, was die anderen so schön ist gezogen und aufgebaut haben. Wunderbar. Da stehen die ganzen Fahrzeuge, so mehr oder weniger. Einige sind noch geghostet, aber das kennen wir ja schon. Das ist ja der spezielle Ghostluck, den wir haben. Einer ist sogar so gut geghostet, dass man ihn gar nicht sieht, aber der taucht vielleicht hoffentlich gleich wieder auf. Wir fangen einfach mal an und zwar bei diesem, ja, bei diesem steilen Zahn hier von Baxter. Ja, also, ich habe in meinem ersten Spin einen Mustang gezogen, aber einen getunten und auch einen Ford Fiesta getunten. Die konnte ich dann beide für 250.000 verkaufen. Dann noch 90.000 und im zweiten Spin lief es nicht so gut, aber immer noch gut. Einmal, zweimal 10.000, einmal 90.000. Dann habe ich mir halt hier diesen wunderbaren SV geholt in diesem schönen Gelb und habe mir einen Vollaufbau gemacht. Jetzt können wir die Diskussion wieder losbrechen. Ist doch ein Grün. Quatschblau. Ja, es ist irgendwie das blaue und goldene Kleid, ne? Das hat aus Internet mal eine ziemliche Zeit bewegt, bis dann sogar wissenschaftlich erklärt wurde, warum das so ist. So, wunderbar, aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Das lassen wir lieber den Wissenschaftler, wobei ich bin ja eigentlich Wissenschaftler, aber nicht in dem Bereich. Riesegal. Äh, Falk, bitte. Ja, ich habe im ersten Spin Grüne Welle gehabt, also 15.000 obendrauf. Im zweiten Spin dann diesen Subaru, 10.000 und 100.000. Irgendwas mit Vollaufbau, was auch noch in Kurven geht. Ist dabei rausgekommen. Ich habe noch mal eine Frage. Hat das Ding TÜV? Nicht wirklich. Ja, ich wollte gerade sagen, das kriegst du da vorne nicht so ganz abgenommen, wenn ich das so sehe, wie das Rad da rausguckt. Ein paar Kleinigkeiten und Großigkeiten. K-Max, muss ich mit dir schimpfen? Hast du da was Schlimmes verbrochen bei dem Porsche? Selbst wenn ich es hätte tun können, hätte ich es nicht getan, aber bei dem hier kann man das gar nicht, von dem hier stand es auch nie zur Debatte. Okay. Wunderbar. Dann nenne ich dich weiter, K-Max. Ich hatte semi-gutes Glück. Ich habe insgesamt nur Geld gezogen, 205.000. Habe mir für 150.000 diesen wunderschönen Turbo S gekauft und dann noch ein kleines bisschen Tuning, aber rein Richtung Straße gemacht. Und nachdem ich jetzt Andi's Auto gesehen habe, bin ich mir nicht sicher, ob das Schlau war. Ja, werden wir schon sehen. Na, Andi? Ja, ich hatte insgesamt 224.000, habe mir erst eine GT500 aufgebaut, bin da nochmal durchgegangen und habe gemerkt, in dem Moment, der MW-100 war eigentlich echt eine ordentliche Maschine und ich fahre heute mein erstes Fahrzeug mit einem sehr, sehr, sehr hohen L.I. Okay. Verstehe ich jetzt nicht, was du damit meinst, aber okay. Wirst du beim Drag Race dann verstehen. Okay. Ich see. Ja, äh, wie ihr bei mir unschwer erkennen könnt, fahre ich heute den GMC Vendura GT3 S. Nein, Spaß beiseite, ich hatte in den ersten zwei Superspins tatsächlich einen GMC Vendura als Fahrzeug meiner Wahl gezogen, habe ich mich sehr darüber gefreut, deswegen habe ich den Joker gezogen und, ja, wie das Schicksal so wollte, beziehungsweise der Zufallsgenerator es mir nahegelegt hat, hatte ich tatsächlich das Glück, dass bei diesem Joker Spin ein 300.000er Batzen drin war und dadurch konnte ich mir den GT3 S leisten, Vollaufbau, äh, bisschen kaputt gemacht, das Fahrzeug natürlich mit Allrad und so weiter ist halt natürlich jetzt ein GT3 S Turbo oder Turbo GT3 S, könnt ihr so legen, wie ihr wollt, äh, ich würde einfach sagen, ich gebe das Zepter weiter an Acid. So, ich habe in der Tat zwei Autos gezogen innerhalb der zwei Spins, das eine war ein Willis Jeep und das andere der Subaru hier. Glück kostet der Subaru 2.000 Credits mehr. Ähm, ja, das restliche Budget hat 85.000 an Tuning hergegeben, äh, die habe ich komplett investiert, bis auf 50 Credits. Die werde ich dann hier in die Mexiko einsässige Corona-Brauerreihe weitergeben. Ähm, ja, ich habe den Boxer rausgehauen und 6,2 Liter LS-Swap rein mit Turbolader und Motor fast voll aufgebaut. Okay, Ghost Rider. Ja, ich habe gejokert, dann ein Budget von 350.000 gehabt, habe mir hier den Huracan geholt mit 275.000 und einen Vollaufbau gemacht. Da waren noch 10.000 über oder 5.000. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Star Driver. Ja, ich habe diesen schönen RS500 gezogen und einen Ford Bronco. Zum Glück hatte RS500 den höheren Wert und dann im zweiten Spin tatsächlich nur Geld, hatte dann ein Tuning-Budget von über 400.000 und somit entsprechend Vollaufbau, was halt geht bei dem Auto. Das hat gereicht? Ja, das hat für vier Vollaufbau gereicht. Ja, dann nur 24 Stunden Racer möchtest natürlich Andi gleich tun. Genau, ich habe 10.000 mehr gezogen, habe mir zuerst einen Range Rover aufgebaut, war dann aber so viel Geld übrig, dass ich nochmal durchgeschaut habe, bin dann eben auf den Noble gekommen, aber ich habe Offroad-Reifen reingebaut, es hat trotzdem für einen recht hohen LE gereicht. Okay, hi Patrick. Ja, ich hatte insgesamt grüne Welle, 145.000, ja, das hat für diese schöne E-Klasse gereicht, leider nicht im Drivers Package und Performance Package, weil das wären dann an die 170 geworden, deswegen nur knapper Vollaufbau. So, so, Exi. Ja, ich habe für den Reh gemacht, ich habe quasi 70.000 in grünen Spins zusammengewürfelt und Gott sei Dank war da auch das Auto abgefallen. Hat nicht für einen Vollaufbau gereicht und Serienmotor und Anrichtung Offroad, das Ganze vor Schlimm was hat. Keine Ero. Ja, und last but not least und mittlerweile auch bei den Sichtbaren, der Ghost hier, Per Vega. Ja, in den ersten Spins habe ich einen Bronco Buggy genommen oder gekriegt und 200.000, das wollte ich nicht fahren und in den zweiten oder in den Joker Spin habe ich diesen BMW und dann das Bonus für die Grenoble 100.000 bekommen Allrad, Renner, Sechszylinder und der Gittner. Ja, wer will schon Buggy's fahren, ne? Ja. Wir alle immer. Ja, unbedingt. Traum. So, ja, dann würde ich sagen, sind wir alle durch, dann gehe ich mal ganz schnell hier zum Dragstrip und dann werde ich ja sehen, was Andi meint und so, machen wir mal luke luke. So, alles klar. Andi, du hast ja heute für Geländer aufgebaut, hast du gesagt. Nein. Perfekt, danke dir. Äh, Moment. Ich habe schon gesagt, wir hatten heute, wahrscheinlich ist ein Fehler mit sowas, Generator und wir fahren fünf im Querfeld einrennen. Ja, das wird so kommen, leider. Und da ist mein Auto richtig geil, habe ich schon festgestellt im Gelände. Ja, geht weiß, im Gelände geht eigentlich, aber wahrscheinlich nicht mit dem Aufbau. Ja, wenn du ihn dafür aufbaust, ja. Aber ich wollte jetzt nicht so viel Kompromiss eingehen und ihm dann seine komplette Stärke nehmen. deswegen habe ich ja natürlich auf eine Karte gesetzt, dass du heute fürs Gelände aufbaust. Nee, nicht ganz. Mit dem zufolge es nur Straßenrennen gibt, aber ja, gut. Immerhin ist es Track Race auf, na, mehr oder weniger Straße. Zumindest mal mit Offroad-Reifen. Also das ist nicht mein Knapp in der Exklasse, der ist da easy drin. Okay, dann stimmt ja aber da irgendwas ja auch nicht, oder? Ja, 1500 PS auf eine Tonne, das stimmt alles. Ja, krass. Ja, tschüss, okay, das ist ja übermächtig. Und es ist nur ein Track-Teil und nicht auch nur, deswegen war ich ja ein bisschen verunsichert. Ja, ich habe auch geguckt, den Regelerk, ob die Fahrt drinsteht. Ja, der war auch vom Gedankengang wie viel hat er gekostet in der Basis? 100.000. Echt? Okay, da habe ich halt gar nicht mehr geguckt bei so billigen, okay. Ja gut, dann wird das schon mal ein Fahrzeug sein, was wahrscheinlich bei den Streichfahrzeugen am Ende landet. Richtig. Nice. Nur ein Problem, ich bin bei 410 im Begrenze. Oh doch. Oh, bravo, ich kriege nicht mal 310. Aber für 10 Sekunden hat es trotzdem nicht gereicht. Ne, ist so beleid. Okay, ne, das ist krass. Also, dass der so, ja, aber mit dem Stockmotor, oder was? Nein, 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 Racing 460 Twin Turbo. Ah, okay, ja, diese Racingmotoren, die sind eh zum Teil ein bisschen wild. Okay, krass, ja. Also, hätte ich mir eigentlich auch leisten können, aber ich hätte mir den gar nicht, also, ich hätte den, glaube ich, selbst wenn ich ihn gesehen, hätte er wahrscheinlich nicht gekauft. Weil das hätte ich nicht gedacht, dass der so crazy abgeht. Ich dachte auch nicht, dass es so verrückt ist. Ich dachte mir doch halt, okay, den bin ich halt auch noch nicht gefahren. Ich wusste halt, aus dem LP, der ist stark, aber... Ja, ja, aber so verrückt. Das baut ja keiner auf normalerweise, außer die Verrückten unter uns. Das sind wir nicht. So verrückt sind wir dann auch. Ne, ne, nie. Ne, ne, ne. Gut, dann würde ich sagen, wir springen mal schleunigst zum ersten Event und dann schauen wir mal, wie die Teams aussehen und vor allem, welches Geländerrennen uns denn erwartet. Ja, sagen wir es mal so. Der erste Schein drückt ein bisschen. Also es ist Asphalt, aber ihr könnt es euch schon denken, nicht lang. Ja, ja. Und tschüss an die Nobels. Gucken, wie weit ihr kommt in die Gelände. Wobei der eine hat ja, ist ja fürs Gelände auch nicht gebraucht. Genau. Habt ihr Offroad beifahren? Ich hab da auch bloß, das ist aber echt. Okay. Kam doch schneller näher als gedacht. Oh, es rutscht der hier weg. Warum rutscht der? Ja, aber es hat nicht gezählt. Oh, scheiße. Asphalt. Was ist denn, Glitzer? Nein, nicht in der Drift Oh Mann. Wow. Also ich weiß auf jeden Fall in der nächsten Wheelspin Ausgabe, wenn ich wieder mal ein bisschen Budget habe und die Entscheidung treffen kann, das kann man ja nicht immer, ob ich für Offroad oder für Ding aufbauen, dann gucke ich einfach auf der Karte, wo Andi rumfährt und versuche rauszuspionieren, was das für ein Aufbau das ist und dann mache ich das Gegenteil davon. Ja, kann es ja nicht, wenn du das Haus verlassen hast, dann musst du das erfahren, was du hast. Ich kann ja vor das Haus verlassen, ich lande die. Das wäre mir neu, dass es eine Regel gibt. Technisch gesehen noch nicht verboten. Ja, so lang. Es ist ja erst, wenn du, ne? Aber da muss ich halt so lang warten, bis du fertig bist mit Tuning und dann bleibt mir wahrscheinlich nicht. extra 14 Minuten 30 Zeit. Ja, ist klar. Quick and dirty aufbauen, ey. Stand nur 5 Minuten Terrine, gibt es dann eine 30 Sekunden Terrine, also. Lecker. Da 5 Minuten Terrine schon so geil sind. Ja, ist das super. Oder sieht das nur so aus? Wie bitte? Geht der so stark nach vorne, oder sieht das nur so aus? Ich habe allen Checkpoint verpreist, ist klar, dass ich jetzt wieder nach vorne gehe. Ach so. Ich muss sagen, Anni hat sich auch Offroad mitgeschlagen. Ei, ei, ei. Ja, Offroad geht halt. Also, kann ich. Habe ich gemerkt. So, damit geht Team Blö in Führung, wenn auch, würde ich sagen, jetzt nicht so dominant, wie man es vielleicht gedacht hätte. Das nächste Mal verpasse ich auch kein Checkpoint, aber ich glaube, das macht trotzdem keinen Unterschied. Trotzdem mal vielfach. Team Blau geht in Führung und ob sie die Führung weiter ausbauen können oder ob sie direkt schon wieder den Gleichstand gibt, das sehen wir beim nächsten Event im Gelände. So, meine Damen und Herren. Es geht, wie nicht anders zu warten, wie angekündigt. Ins Schmutz. Uh, 24 Stunden Racer hat der gezählt. Das war ein bisschen zu weit übers Ziel hinausgeschossen, glaube ich. Dich auf. Ja, Führung, auch wenn nur vier Sekunden. Eins, zwei, drei, fünf, vier, vier Sekunden, Führung. Bleib ich mir auf fünf, sechs, warte, ich habe gleich Grip, jeden Moment, jetzt sofort. Ja, es ist nicht immer toll, so viel Leistung zu haben. Oh Gott, jetzt wird es aber wild hier. Oh nee, da war es Haus. Oh Gott, bremst du rein, bremst du rein, bremst. Okay, das war ein RIP. Oh, da ist ein Stückchen Asphalt. Ja. Oh, ja, als ob ich in diese scheiß Dings fest... Was? Was? Dinge mit Worten. Als ob ich in diese Scheiß... Ich kann auch ein T-Shirt drucken. Wir wissen ja jetzt, wie man mir schreibt. Das ist ein Boot. Wieder mal ein Insider, der vor der Aufnahme entstanden ist. Ja. Wenn ihr den wissen wollt, müsst ihr halt bei Aufnahmen dabei sein. Wie man bei Aufnahmen dabei sein kann, steht alles in der Videobeschreibung. Die Video dazu ist verlinkt. Und sagt nicht, dass man keine Chance hat, als Neuer dabei zu sein. Das ist nämlich erstuppen und verloren. Ist doch nicht richtig erstuppen. Ich war noch nie dabei. Du bist ja auch kein Neuer. Du bist ja auch nicht Manuel Neuer. Vielleicht doch. Ja, nicht mehr ist. Ist krass, ne? Wenn man ein Checkpoint verpasst. da geht einfach gar nichts mehr. Wenn man sich im Wasser weggedreht, aber ja. Ja. Da nutzt auch der Gelände-Nobel nichts. Ich suche gar, wie ist der Pildophie, da muss so geländig in der Tür sind. Wenn die Bäume einfach unten aufs Feld Team Blau hat viel mehr S2-Fahrzeuge. Finde ich. Finde ich ultra unfair. Aber ist egal. Dadurch gibt es jetzt, ob man es glaubt oder nicht, den Ausgleich, weil gefühlt alle von Team Blau in Team Rot gewechselt sind. Nein. Ah ja, und hier Falk fehlt, weil der keine Lust auf Querfeld 1 hatte. Wüsste zwar nicht, dass man sich das aussuchen darf, aber ja, schon ein bisschen assi, dass er dann einfach alles um den Stich lässt. Ja, echt. War voll geplant. Ja. Ja, das eben. Denk ich nämlich. So, auf jeden Fall würde ich sagen, das war Geländerrennen Nummer 2 und ich würde sagen, es folgt natürlich, wie sagt man, das Beispiel auf Exempel oder so. Ach Gott, ich lass es einfach, ich kann heute nicht reden. Und dementsprechend kommt jetzt halt Geländerrennen Nummer 3 und so weiter. Viel Spaß. Also, ich erkenne da ja so ein Muster. Ach. Irgendjemand boykotiert immer das Mitfahren, das sind nämlich wieder nur elf Leute und wenn Andi auf die Straße aufbaut, geht es ins Gelände. Ich will nicht mehr. Ja, du musst nur sagen, du musst uns nur eigentlich nur, das ist ja eigentlich deine Notlüge, so gesehen. Du musst ja eigentlich nur sagen am Anfang, ich habe fürs Gelände aufgebaut. Das hat in Horizon 4 auch nicht funktioniert. Ich habe es getestet. Ja, weil du nicht dran geglaubt hast. Ich glaube, bei dem Format an die Verpackung ist es mehr. Ich glaube, die Strecke ist hier. Ja. Ich glaube, das ist so rutschig. Das ist echt super rutschig und hier ist so wohl es trocken ist. Schöne, ich hätte das Regen zu straut. Im Regen wäre es wahrscheinlich dann besser gewesen. nein, ich weiß nicht. Also, manchmal sind 1400 PS echt kein Vorteil. In dem Gelände auf keinen Fall. Also, die musst du ja erstmal auf Grund, nach Grund bringen. Ähm, oder einen Vortrieb umsetzen. Nein! Hallo Subaru Buddy. Da hilft es da ein bisschen Downforce oder Masse zu haben. Oder beides. Oh nein, oh nein. Ich meine, ich habe genug Downforce, aber es ist... Ich würde ja die Parameter anschauen, aber irgendwie... Das ist hecklastige von dem GT3, wenn du das Ding nicht komplett hießt, quasi diese Eigenschaft fürs Gelände. Schwierig. Oh nein. Wo war ich denn hier hin? Ja, an den Baum. Da hast du den Baum der Einzige auf der Strecke. Ich glaube halt auch, diese Hinterachslenkung, die ich hier habe, ist eher kontraproduktiv. Oh, da waren Gegenpendler, wie kann sowas passieren? Warum bremst du das mit Abstand das größte Problem? Ja. Oh ja. Einmal mit so viel Speed auch ankommen eben. Ja. Und bei leichten Fahrzeugen ist halt sowieso nochmal grundlegend das Problem, dass die irgendwie leichter im Lockup reinkommen. Ich habe das Gefühl in den Horizon 5. Ja. Das ist korrekt. Ja. Geradeaus fahren, genau. Hui. Ähm. Ja. Äh. Das schaffe ich nicht. Das ist hier. Oh ne. Oh je. Ja. Satz mit X. Das war wohl nix. Dieses Mal aber auch echt unfair. Team Rot hatte viel mehr S1-Fahrzeugen. Glaube ich auch. Das sehe ich jetzt aber nicht so. Und sogar einen mehr. Ja. Und trotzdem äh nicht gewonnen. Sowas aber auch. Aber knapp. Einfach. Die Teams in Horizon sind einfach schon immer bescheuert gewesen. Ja. Wobei in Horizon 4 war es finde ich viel schlimmer. In Horizon 5 wird es mittlerweile wenigstens durchgewechselt. Ja. Um dann zu rennen. Ab und an. Zumindest mal. Nicht immer. Aber immer öfter. So. Aber sei es drum. Das waren jetzt drei Veranstaltungen. Es steht 2 zu 1 für Team Blau. Damit können sie mit dem nächsten Event tatsächlich den Sack zumachen. Oder aber Team Rot kann nochmal ausgleichen. Wir werden es sehen. Es kommt halt darauf an, wo die Nobels äh in welches Team die kommen. Die entscheiden den Rest schon so ein bisschen. Schauen wir einfach mal. Finden was raus bei Gelände Rennen Nr. 4. Und ein weiteres schmutziges Rennen steht an. Nämlich Straßenszene. Da geht es irgendwie selten mit sauberen Mitteln zur Sache. Und Team Rot hat sich richtig gut wieder eingekauft und sich wieder Ja, na? Ihr seht schon. Genug der Rolle. Okay. Nein. Okay. Ja, ich möchte trotzdem auch noch fahren. Ich fühle mich einfach wohl. Na, natürlich hat er nicht gezählt. Was? Nachher dann betrachtet hätte ich mir die Forza hier oben kaufen müssen. In Wiespin eigentlich grundlegend immer nur gut. Ja, aber Wiespin Allrad Forza Oh, was ist das denn? An mir war der Verkehr an der Kurve zwar massiv aber dann doch nicht so. Tierisch Leggy. Risen 5 hat perfekte Oh, das wäre eigentlich eine geile Eissorte, ne? So als Name Leggy. Lecky Kirsch Leggy Vanille Leggy Schmecky ist dann so diese Sonderedition oder? Nein. Weit bei Erika. Okay, es geht ja links lang. Dichst du, du rammst weg, ne? Boah. Du rammst alles weg. Ja. Eigentlich nicht. Was ist da passiert? Ich bin einfach zwei Autolen nach rechts gebackt. Das Haus. Ich will mal festhalten von denen hier vorne. Ich habe keine 1000 PS oder noch mehr. Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Du bist jetzt schon gezielt. Wahnsinn. Ja, auf der Straße geht der Straßennobel. Wie komischer heißen. Hä? Wie kann das denn sein? Das war doch die Querfeldeinszene, oder nicht? Ich sehe es für die Spannung. Aber man muss jetzt auch mal sagen, die Teams sind halt auch einfach unfair. Weißt du, Team Blau ist einfach zu ausgeglichen. Drei ist zwei, drei ist eins. Hey, nicht letzter. Juhu. Hey, letzter. Halten wir fest. Es wird künstlich spannend gehalten vom Spiel. Und damit steht es 2 zu 2. Und das alles entscheidende Querfeldein-Event am Ende wird natürlich wieder entscheiden. Und natürlich sehr zum Leid tragen aller Straßenaufbauten. Aber hey, wir wollen es halt einfach so. Gut. Sei es drum. Wir springen direkt mal hin zum Grande Finale. Finale. Oh. Und das kann sogar richtig spannend werden, denn die Nobelzwillinge sind tatsächlich getrennt worden. Es ist gar nicht so klar, welches Team jetzt hier gewinnt. Und wir fahren tatsächlich nicht so wirklich im Gelände. Das ist ja dann doch nochmal hier ganz spannend, würde ich sagen. Auch wenn der Aventador das ein bisschen anders sieht. Brems, Brems, Brems. Ich hände einfach einen Bremsdruck halt um so. Aber das war mir zu riskant im Gelände. Du wusstest natürlich, dass wir im Gelände fahren. Deswegen hast du Straßen aufbauen. Ja, ich habe ich sogar gesagt, kannst du gerne in meiner Aufnahme, wo ich das Auto gebaut habe. Ich habe gesagt, wir werden 100 pro wieder mindestens zwei Rennen im Gelände fahren. Ja, das habe ich auch gesagt, aber ich wusste es. Du weißt es ja, für dich ist es ja einfach eigentlich. Du weißt ja immer, dass das Gegenteil kommt. Wenn das jetzt aber von Vorteil ist, weiß man nicht. Kann ich was dagegen machen. Kannst dich halt mental schon mal drauf vorbereiten. Du weißt quasi schon ein paar Minuten vor uns allen, was auf uns zukommt. Ich bin ein bisschen wie Dr. Strange. Ich kann ihn in Zukunft sehen. Hilft mir nur nix. Oh Mann, wie spannend. Ich will ja niemanden nervös machen bei Team Blau, aber wenn ihr euch jetzt einen Fehler leistet, warst du es mit euch. Vielleicht ist es ein bisschen für Team Boot. Das ist halt auch wirklich gut gebalanced. Beide haben zwei. Beide haben zwei ist eins. Beide haben ein X-Fahrzeug, also Spannende, wenn man jetzt mal es genau so machen kann. Huracan Performance da vorne noch mit. Ja, genau. Ja, der ist ja auch fast X. Ja. 9,94. Ich meine, doch zu hacken, das ist eigentlich und zu schlecht auf dem ist eben gut. Das ist eben eine Hass-Rund-Strecke hier. Ja. Ja. Exit, du hast so viel Übung auf der Strecke, oder? Bist du mitgefahren? Nein, ich habe die zu sehr sehr gehasst. Ah, okay, ich auch. Wann ist es die verziehen? Ich glaube, ich bin dem Team das schwächste Auto. Lorenz, fand ich gut, dass wir die Strecke gefahren sind. Ich bin sie nicht gefahren. Deswegen bin ich die Skow-Ton-Würfen frei. Ja, ich enttäuscht. Warte, ich bin meine Brot, braucht ihr mehr Zeit? Soll ich ein bisschen langsam machen, was hier? Einer. Bitte. Einer. Du, ich zieh, muss dringen. Der Sein gehört, dass wir da mein im Co-Bing-Abschnitt fehlt. Ja. Jawohl. Nein. Das ist ja super spannend. Nein. Fuck, geht's. Nur nach oben, rechts und so fang ich in alle Wände rein. Komm schon, ein Platz noch. Bei mir steht gerade Sieg schon da. Das kann doch gar nicht sein. Ne, ne, ne. Es hat gerade wieder geswitcht. Bitter. Komm. Boah, das ist richtig krass. Unfair. Oh, knapp. Da haben wir es doch. So, also mit einem ziemlich eindeutigen Sieg von 50 Punkten Vorsprung. Das wäre in der Formel 1 schon zwei Siege. Dominanter Auftritt die ganze Folge über von Team Rot, außer als Team Blau gewonnen hat. Würde ich auch sagen. Also, wer kann aber schon mal festhalten, dominanter Auftritt auf jeden Fall von Team Nobel. Die haben nämlich fünf beziehungsweise vier Rennen gewonnen. Also, das ist schon eine starke Statistik. Und, äh, ja, das soll eine weitere Folge Wheelspin gewesen sein. War auf jeden Fall sehr interessant. Wir halten ein weiteres Mal fest. Andi ist, äh, immer noch der Gegenteil. Tuner. Nennen wir es mal. Ey, ich habe trotzdem mit dem Top 2 immer beendet jedes Rennen. Ja, ja, gut, weil halt Auto auch dezent, äh, gut gebalanced war. Ja. Aber gut, ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich eines der Autos sein, das wir dann zum ersten und zum letzten Mal in dem Format gesehen haben. Aber, sei es rum. Äh, das ist ja trotzdem, darf ja trotzdem einmal dann so sein. Wir, ja, sagen Tschüss an dieser Stelle. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, das gerne ein Däumchen noch oben da. Und checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Da gibt es ja wieder ein paar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschaui. 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 Tschüss.